Sei ein Schatz und hol deiner Mutter eine große Quattro von Maggi. Hier ist kein Geld mehr drin. Dann zahlst du eben. Ich weiß, du hast welches. Legen wir los. Wie wär's, wenn wir beide nach Kalifornien ziehen? Fändest du das gut? Okay, das ist ein Versprechen. Gute Nachrichten. Ich hab einen neuen Job. Dieser Kerl hat mindestens 300 Riesen. Ist der blind? Den Blinden zu berauben ist nicht wirklich cool, oder? Dass er blind ist, heißt nicht, dass er ein Heiliger ist. Das wird ein Kinderspiel, sag ich. Also, es heißt, irgend so ein Mädchen hat seine Tochter überfahren. Die Tochter stirbt und diese vor Geld stinkende Familie kauft sich frei. Der Kerl ist ein Einzelgänger, ein Kriegsveteran. Können wir? Er ist ausgenockt. Jungs, wenn das Geld wirklich im Haus ist, dann vermutlich da drin. Warum hast du eine Waffe? Wer ist da? Okay, Mann. Ganz ruhig jetzt. Schön da bleiben. Und keine Tricks. Dad, ich bin's. Ich hab richtig Mist gebaut. Jetzt seht ihr, was ich sehe. Alex! Ich hab'... Ich hab'... hockey everybody zuerst elected. Ich hab' gut... Kein zwei. SC Danae.